Bußkanal heute mit Stickern und zwar der Avengers zwei Stickerpäckchen habe ich hier von Panini sind die sind neu kann man sagen sind erst vor kurzem auf den Markt gekommen und ja habe ich zwei Stück Kostenpunkt ist pro Stickerpäckchen 60 Cent und ja dann schauen wir mal was uns erwartet fange ich gleich mit dem ersten hier an ok einmal Captain America im Bild sozusagen ok einmal Captain America der sagt mir jetzt noch nichts ok sind also die aus dem Film sozusagen komme ich gleich zum zweiten hoffe dass ich da noch eine wenn es Holokarten gibt eine Holokarte ziehe dass ich weiß wie die aussehen habe ich hier einmal Iron Man, Captain America, Thor und der Hulk einmal Thor Captain America kommt ziemlich oft noch mal die vier und einmal Hulk sozusagen ok das waren jetzt die der Avengers Boosterpäckchen sind neu auf den Markt wie schon gesagt weiß gar nicht ob ich jetzt aus den zwei Buchstaben seltene gezogen habe kann ich gar nicht sehen gerade sehen vielleicht vielleicht ok Zahlen und Buchstaben gibt es wie immer noch einmal hier Schnelldurchlauf ja das war's zu den neuen Stickern ich hoffe es hat euch gefallen ansonsten schaltet uns wieder ein euer Buskanal